Hallo ihr Lieben, ich will hier ein ganz kurzes Video machen, mal sehen, ob es mir gelingt. Dazu, dass Gleichermächtigung nicht das gleiche ist wie Gleichberechtigung und dass Gleichermächtigung sehr viel besser ist als Gleichberechtigung. Man kann das zum Beispiel sehr schön sehen an der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft mit ihrer eigenen Unterschicht umgeht. Zum Beispiel kann unsere Gesellschaft jederzeit sagen, es kann sich ja jeder politisch engagieren. Es kann jeder in eine Partei gehen und eine Partei gründen. Faktisch tun das aber in der Regel Menschen aus der Unterschicht gar nicht, beziehungsweise bis auf ein paar ganz wenige statistisch zu vernachlässigende Gegenbeispiele gar nicht. Das heißt, Politik wird faktisch von Menschen aus der gehobenen Mittelschicht und Oberschicht gemacht. Auch schon, Kleinbürger finden sich eher selten. Es gibt sie natürlich mehr als jetzt das, was wir uns angewöhnt haben, Arbeiter zu nennen. Aber ganz, ganz überwiegend sind Menschen aus der Oberschicht und grüne Mittelschicht krass überrepräsentiert und wer wenig bis gar nicht vorkommt, sind Menschen in der Unterschicht. Aber wir können immer sagen, es herrscht ja Gleichberechtigung. Es könnte ja jeder, nur dass es dann halt nicht jeder tun kann. Ähnlich sieht es beim Thema Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau aus. Also im Prinzip gibt es heute über die rechtliche Gleichstellung viele, viele Möglichkeiten. Faktisch sind nach wie vor ganz überwiegend Männer in den entscheidenden Machtpositionen. Damit meine ich nicht nur sozusagen, wer hat welchen Amt und welchen Posten, sondern wer hat auch Verfügungsgewalt über Ressourcen. Also zum Beispiel, ich erzähle das gerne, weil meine Frau sich da gerade umtut, es gibt so Unternehmerinnen-Netzwerke. Das sind also Nachwuchsunternehmerinnen, Frauennetzwerke, Frauen, die Unternehmen gründen, die sind dann auf der Suche nach Investoren. Und aus diesem Kontext kommt der Satz, das war vor ein paar Wochen, da war meine Frau auf so einer Veranstaltung, mehr als 95 Prozent der Investoren sind Männer. Ja, so, ne, Gleichberechtigung. Ja, aber wenn es um Macht geht, wenn es um Ressourcen geht, sieht das dann halt plötzlich ganz anders aus. Wie komme ich auf das Thema äußere Auslöser? Ich brauche oft einen äußeren Auslöser, um ein generelles Thema auf die Platte zu bringen. Ich nehme das also als random Anlass. Ist ein toller Film, der neu entstanden ist, zu einem wirklich wichtigen, wirklich tollen Thema. Und das ist Frauen in Ostdeutschland. Also Frauen in der DDR, wie war das so? Der gleiche Filmmacher hat schon einen ähnlichen Film über Frauen in Westdeutschland gemacht. Jetzt hat er mit einer etwas anderen Zugang aus Gründen einen neuen Film gemacht. Beide Filme heißen Die Unbeugsamen, also Die Unbeugsamen Teil 1 und Die Unbeugsamen Teil 2. Teil 2 eben über Frauenrechte, Frauenleben, Emanzipation in der DDR ist gerade rausgekommen. Und wenn ich mir das so anschaue, also den Trailer und die Texte, die dazu geschrieben werden, dann entstehen bei mir genau diese Gedanken. Gleichberechtigung ist nett, aber sie kostet wenig. Gleichermächtigung ändert alles. Und deswegen ist das, was wir brauchen, nicht Gleichberechtigung, sondern Gleichermächtigung. Und das ist ein Riesenunterschied. Und nochmal, diesen Unterschied kann man sehr gut verstehen anhand der antiken Demokratie. Nicht die Frauen, aber die Unterschicht war gleichermächtigt. Sie war nicht gleichberechtigt, sie war gleichermächtigt. Und also welchen gewaltigen Unterschied das macht. Die Differenz zwischen Gleichermächtigung und Gleichberechtigung sieht man, finde ich, krass und schlagend in der Antike. Wir dagegen setzen auf die billige Gleichberechtigung. Das ist nicht das, was wir brauchen. Ja, also du kannst noch ewig so weitermachen und wirst keine gleichmächtige Gesellschaft bekommen, wo die Menschen wirklich gleichwertig sind, wirklich gleichen Einfluss haben auf die Gesellschaft selbst. Wirst du nicht bekommen mit Gleichberechtigung. Und das haben viele noch nicht verstanden. Es geht um Macht. Und es geht nicht um, ich ermächtige mich. Das ist lächerlich. Wenn du keine Macht hast, kannst du dich nicht ermächtigen. Macht zieht Macht an. Und wenn du keine hast, ziehst du auch keine an. Also Selbstermächtigung gibt es nicht. Höchstens in Wunschträumen von Leuten, die noch nicht systemische Zusammenhänge verstanden haben. Was es braucht, ist systemische Ermächtigung. Und das eigentliche Interessante ist, warum die Mächtigen das machen. Das ist auch etwas, was man in der antiken Demokratie sehr gut lernen kann. Wie kommen mächtige Menschen darauf, ein System zu schaffen, das in Gleichermächtigung besteht, also das wirklich was ändert. Die Macht anders zu verteilen. Wie kommt es dazu? Und wirklich, ich kann nur empfehlen, sich mit der Entwicklung der antiken Demokratie zu befassen. Denn dort sieht man einen solchen Vorgang, dass mächtige Menschen systematisch auf Gleichermächtigung setzen. Und da wird es dann interessant mit den Gründen. Warum haben die das eigentlich getan? Es ist für uns heute völlig kontraintuitiv. Wir sagen ja immer so, wenn Menschen einmal Macht haben, geben sie sie nicht mehr her. Oder klammern an der Macht. Da sehen wir aber in der Antike was anderes. Und das ist interessant. Wenn etwas unseren Erwartungen widerspricht, unseren bewussten oder unbewussten Voraussetzungen, dann ist es interessant, weil es uns etwas Neues zu sagen hat. Etwas, was wir vielleicht noch nicht gesehen und vielleicht noch nicht verstanden haben. Und so komme ich zu dem Schluss für mich, was die Welt heute braucht, ist nicht Gleichberechtigung aller Menschen, sondern Gleichermächtigung aller Menschen. Und der Weg, das zu realisieren, in der Wirklichkeit über entsprechende Institutionen, über entsprechende Verfassungen, über entsprechende politische Systeme, ist der Weg der Demokratie. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politie, die Demokratie gelost werden muss.